so leute heute sind wir mal bei der aufgabe zum mond zu reisen okay gucken was uns da erwartet wie behindert wiederholt sich das wort das war zehn millionen mal duú 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 duuuuu duú duú duü 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 duy duou duag duai duu du7 duu fuck there oh Elisabeth vacationer nie duuwe crowde wahl duwe Deh, deh, deh. Keenau. Geenau. Geenauk is a yehi. Hello? Mr. McDuck! Help! Oh, nein! Wir müssen ihn retten! Wirklich? Wir tun es, wenn du diesen Schaden hast, Herr McDuck. Fenton war die Gizmo-Duck-Suite. Das ist die einzige Sache, die wir genug genug haben haben, um in die Valken. Okay, gut. Nein, stehe hier in der Gizmo-Duck-Suite. Okay. Es geht los. Wir sind auf dem Mond. Sieht ja schon mal sehr geil aus. Auch da hinten mit der Erde. Geil. Ich denke mal, dass es die Erde sein soll. Sieht schön aus. Echt. Sehr schön. Die Farben gefallen mir auch. So, da werden irgendwelche Idioten, die mich abknallen wollen. So, was ist da drinne? Dankeschön. Sonst noch irgendwo was... Schönen... Och, guck mal. Ich habe viel Essen hier im Himmel. In der Luft. Hier noch irgendwas. Hopp. Die sind aber nervig. Die kommen ganz schön schnell wieder hinterher. Gibt es ja sehr viele von anscheinend. Ah, vibriert nicht so. Ja, wenn das Bild zittert, dann... Oh, vibriert das Ding hier auch richtig heftig. Krasser Scheiße, ey. Ja, aber echt, ey. Die wollen doch, dass wir darauf kommen, wenn die das nicht so machen. Das ist echt, äh, ein bisschen... bisschen komisch. Und wirkt doch tatsächlich wie eine Einladung. Boah, was sind das denn für Viecher? Au! Da müssen wir wohl ganz kurz nur den Sprung ansetzen. Hallo! Hier irgendwas, hier irgendwas. Also man merkt auf jeden Fall, dass die Level hier alle schwerer werden. Immer mehr Sachen, auf die man achten muss. Stärkere Gegner. So, was war das jetzt? Wo sind wir denn überhaupt? Hm, jetzt könnten wir mal weiter nach links gehen. Das sind aber allerdings Räume, die man eigentlich nicht treten muss. Okay, es sind kleine Extradinger hier anscheinend. Was war das denn jetzt? Wo sind wir jetzt? Ah ja, super. Dankeschön. Hier wollte ich unbedingt hin. Weil, das will ich auch da drin. Außer chillen. Wie do, springen wir da erstmal raus. So ein Arsch. Pipi Kaka. Voll genutzt haben sie mich. Und drauf da. Boah, das war knapp da oben gerade. Autsch. Nicht gut. Bam. Tot. Ähm. Ich hab grad mal das Bedürfnis hier rüber zu springen. Okay. Den nehmen wir auch sehr gerne mit den roten. Dann gucken wir mal hier. Was ist hier? Bitte nicht raus. Nein. Warum? Ah ey. Verliere ich echt noch alles? Alter Fick. Ich werde dich schon verleitet zur vulgären Aussprache. Mann. Kommt mir ja überall nur raus. Was ist denn los? Egal wo ich lang gehe. Okay, ich bin gleich tot. Ist doch cool. Wow. Dööööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Der absolute Burner. Der absolute Hammer-Sheet. Okay. Dann sollten wir wohl hier hochgehen, davor wir am Anfang schon waren. So, ich brauche mal eine Torte, bitte. Ach, da oben ist eine Barriere, okay. Wie das ausschaut. Da ist doch der Helm. Wer ist denn der nochmal? Geh zum Mund, genau. Boah, da weiß ja niemand das eigentlich, außer er und der Typ, der in dem Anzug drinsteckt, ne? Boah, den fand ich vorher voll cool irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Irgendwie fand ich den cool. Geh zum Mund, genau. Boah, voll der Held. Voll der Starke. Ja. Haha, was haben wir denn hier? Hihi, haha, haben wir hier. Habt ihr gehört? Ach, soll ich dich rauslassen? Na komm. Sind wir mal so nett und lassen ihn heraus. Fenton, Fenton, Fenton heißt er, ah, okay. Wie können die überhaupt atmen? Auf dem Mond, wie können die auf dem Mond atmen? Hilf mir, hilf mir, um eine Sicherheit zu finden, damit wir zu deinem Gizmoduck-Suit kommen. Du meinst das? Sicherheit-Systeme, disengage. Fenton, du bist ein Genie. Hi, Mr. McDuck. Du meinst das? Ja. Ups. So ein Genie. Ja, das sollte wahrscheinlich kein Problem sein. Okay. Oh, no, you don't. You'll probably slamming the self-destruct button too. I'll get us out of this. So, wahrscheinlich darf ich die Mäuse nicht berühren. So. Warte, die Ratten besser gesagt sind die keine Mäuse. Das ist ein Rat, den sind das. Voll gefährlich. Now, let's go get my Gizmoduck-Suit. Not so fast, Dunderhead. You go wait with Gyro. Ich will find my Gizmoduck-Suit myself. Yo. Alles klar, ich suche jetzt einen coolen Anzug. Der Kopf war ja hier unten, ne? Da, 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 da. So. Das ist, wenn ich das einsam will, auch alle sterben, alle Gegner, ne? Das ist faszinierend, alle sofort tot. Ich weiß nicht, wenn ich das einsam will. Ah, vielleicht ein bisschen zu hart an der Lade. Nein, nur zwei mehr Teile zu finden, und wir können uns in die Mäuse. Jo. Alles klar, das sollten wir schaffen. Und jetzt hier hoch, ne? Oh, ich hab nur noch ein Herz. Gefährlich, gefährlich, was ich hier mache. Das ist echt sehr aufpassen. Oh, scheiße. Ich brauche den Scheißstein. Scheiße, den Stein hätte ich auch gebraucht. Okay, gehen wir mal nach oben und dann wieder nach unten. Dann kann ich mir das nämlich holen. Ah, perfekt, perfekt. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Okay, die Kisten kommen, kein zweites Mal. Schade. Die Chance hat man nur beim ersten Mal. So, dann gehen wir jetzt mal links, würde ich vorschlagen. Tschüss, Arsch. Alter, kannst du mich mal da durchlassen? Danke. Ich habe das Gefühl, dass ich den da dran schlagen muss und dann da hochkomme. Hahaha. Gutes Gefühl. More money for my money bin. More money for my money bin. Aber wo ist denn das Herzteil? Ups. Sind wir hier hoch? Ich weiß es nicht. Sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich. Wo wir gerade sind. Wir sind jetzt gerade... Ja, da oben müssen wir sowieso hin. Für einen Teil. Warum ist das denn so bescheuert? Na, komm her. Botz. Und hohe dich. Aber immerhin haben wir ein bisschen mehr Herzen. Als eben. Ach du Scheiße, wo klären wir den hoch? Mega Rohrohrverzwickungsdinger. Bam. Und bam. Viel Spaß beim Sterben. Da war das Herzteil? Nee, gar nicht. Warte. Ist das nur aufgehalten oder? War das ein Herzteil? Stirb. Da ist das eine Teil. So. Spring. Zack, so geht das, Leute. Ich hab vor den Gepanzersten G-Smodak gefunden. Hero hat diesen Hyperspace-Poket, für mich, die Dinge umdrehen. Jetzt nur noch einen Weg finden, und ich kann diese fliehenden Monstrosität wegnehmen. Bap, 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 bap. Rechts lang geht nicht. Zack. Oh, guck mal. Finden wir doch noch glatt ein bisschen Kohle. So schwer sind die eigentlich gar nicht. Diese bösen Enten hier, die einen auf mega stark machen. Bardu! Bardu! Okay. Ah, guck, wow. Guck mal an. Ich will uns noch jemanden was schenken. Und da unten ist bestimmt auch noch was. Ist ja nicht umsonst so schwer gemacht. Haha. Was hab ich gesagt? Okay, hab ich ein Herz geopfert für... Okay, das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Da gab's viel Kohle für, ja? Viel, viel Geld. Ah, guck mal. Ist doch schön. Wieder eine Torche. Ja, okay, das war vorhin kein Hotzer. Das war nur... Dings, das sieht ja genauso aus. Ups. Top. Da tode ich mir mit Sicherheit auch, was hier versteckt ist. Oh, guck mal an. Da ist sogar noch eine... Kommen wir da hoch? Nein. Okay. Okay, da haben wir wieder unser Herzding wieder. Da bewegt sich ein Stückchen nach links. Okay, da oben braucht man gar nicht hin. Sehr sinnlos. Da überhaupt hin zu jenen. So. Guck mal, welche Richtung. Rechts ist das Teil. Weiter hoch kann man auch. Das gibt bestimmt wieder einen kleinen Bonus hier. Ja. Bonus Money. Ach, du Scheiße. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Ja, super. War ein bisschen fail. Ach, hier ist sogar das letzte Teil. Muss ich sogar hoch. Okay. Ich habe immer gefragt, was Gyro war, wenn du dieses Ding designt hast. Wer kämpft mit einem Unicycle? Jetzt habe ich alle drei Parten, die ich zurückkriege nach Fenton und Gyro gehen kann. Ich hoffe, es ist nicht zu früh. Na gut, die Teile sind wieder da. Wäre auch doof gewesen, wenn die nicht hier gewesen wären. Weil da wären wir ganz schön gearscht. Hätten wir zusehen können, wie wir jetzt da wieder zurückkommen. Und ich wette mit euch, man kann hier irgendwie... Ja, ich habe doch den Knopf gedrückt gehalten. Na, geht auch gut. Haha. Idiot. Ist auch nur ein Bonus sozusagen hier, ne? Ach, guck mal, der geht sogar noch hoch. Cool. Ach, die Frieda. Genau, die haben wir hier auch noch gar nicht gesehen. Schattümt. Ne, da komm, gib mal hier. Ich kann mein Leben gebrauchen. Ja, Mr. McDark. Ach, jetzt wirst du sogar da oben hin. Danke, danke. Aber immer, dass er denn immer denselben Spruch bricht hier. Warum? Oh, natürlich, aber ich finde meinen eigenen Weg raus. Das brauchen wir uns nicht nochmal anhören. Den Spruch kennen wir. Definitiv. Kennen wir den. Okay. Dann runter. Zack. Scheiße. Scheiße. Hier müssen wir jetzt eigentlich auch noch rechts abchecken. Okay. Und jetzt wieder runter und raus. Würde ich einfach mal behaupten. Ja, wir haben alles abgecheckt, glaube ich. Außer ganz unten ganz rechts anscheinend. Da war noch ein bisschen wat. Aber ist ja wurscht. Was zur Hölle? Ich hab die Taste gedrückt. Warte, das will ich haben. Wenn ich sowas aus Zufall schon finde, dann nehme ich es auch ganz gewiss mit. So, runter. Und noch einen runter. So. Und noch einen runter. Dann gehen wir wieder raus. War ein bisschen riskant, aber okay. Krieg mir nicht so lange hinterher. Du Arschcake. Ich hoffe, die sind auch noch an dem Raumschiff. Ja. Okay, das sieht gut aus. Wir sind in Glück. Ich habe alles gefunden, dass ich alles von Gizmoduck-Suit gefunden habe. Gizmoduck-Suit. Oh, Mann. Jetzt können wir ihn in den Schraubbauten. Nur einen Moment, Fenton. Gyro, ich glaube, ich habe meine favorite 2-Dollar-Bildung unter dem Rückseite verlassen. Würdest du es mir für mich bekommen? Sure thing, Mr. McDuck. Gee, Boss, why'd you send Gyro back onto the ship? So he doesn't find out you're Gizmoduck when you put on that suit, you Dunderhead. But there are only three of us here, sir. Won't he figure it out anyway? When Gizmoduck appears and I mysteriously vanished? I wouldn't worry about that. Gyro may be a brilliant inventor, but his deductive reasoning skills are a bit as good as yours. Oh, hey. Would you just get on with it? Say your secret code word and activate that confounded contraption. Code word? Gee, I can't remember it. Oh, Blather and Blather Skyt. Ich bin super nützlich. Ich bin super nützlich. 2 Millionen Dollar Bill. Ja, 2 Millionen Dollar. Got it. Genauso steckt die dort unter den Sitz. Unterm Sitz 2 Millionen. Mal eben. Ach guck mal, der hilft uns jetzt. Wie cool. Wie gesagt, er super nützlich. Daher gesagt. Ja, das ist nicht gut. Mach dich weiter so nützlich. oder macht er alles kaputt ok stellt euch mal vor ich werde den ganzen weg vorhin schon gegangen hier wenn das überhaupt möglich gewesen ist weil ich ja nicht finden wir gar keine sachen mehr noch keine edelsteine der grüne kese die green cheese of longevity lies just beyond this door step aside citizen whilst i blast the door asunder ja ja na na und da • Was ist das? • Was ist das? • Ich meine! • Die Weg ist klar, Herrfried, Herr Herr • Gut gearbeitet, Dresden. Nein? • Ehm • Ah, blit und klomb Gold. • Was machst du hier, mühleitier • Money sick. Make money sick. Was ist das, Scrooge? Trying to corner a new segment of the Dairy Market? Why, you doof! How did you find out about the green cheese? One you like to know. But thanks for saving me the trouble of blasting through that door on my own. I'll stop it, Mr. McDuck! Alt, evildoer! No, Gizmoduck. I need you to help me deal with the... Mwah! Oh, Beagle Boys. Ah! Okay, super. Jetzt sind wir das alleine regeln. Okay, aber erst gucke ich jetzt hier nochmal. Könnte ja auch irgendwo was sein. Ah, guck mal an. Schön. Also ein bisschen brauchen wir noch für eine Million. Zack, auf den Kopf. Meine kleinen Edelsteine. Sehr süß. Das Herz allein wir noch gar nicht, ne? Dann wird's wahrscheinlich irgendwo hier sein. Wow, hoffentlich. Komisch, dass noch so viel leuchtet hier. Ah, scheiße. Dafür bräuchte ich den Stein. Aber die Kiste wird eh nicht mehr auftauchen, richtig? Oder? Taucht sie nochmal auf? Toll. Das alles wegen der Kiste, die eh nicht mehr auftaucht. Toll! Ist ja irgendwo ein Geheimgang oder so. Also ist ja nicht mehr im Raumschiff, ne? Deswegen gibt es hier jetzt auch keine richtige Schwerkraft mehr. Komischerweise. Aber irgendwie fliegen wir nicht hoch, ne? Das finde ich komisch. Das verleitet einen echt, einfach weiterzugehen. Das ist... Komische, was wir da gerade hatten. Das ist M. Wofür auch immer das stehen mag. Aha. Einige Häme ginge. Ah, das Herd ist halt geil. Und wir haben fast eine Million. So mega epische Musik. Sehr geil. Ich hab das auch mal während dem Livestream gehört. Letzte... 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 Was war das denn? Vor zwei Wochen oder so? Oder einer Woche? Da hab ich das auch im Livestream gehört. Einfach ein geiles Lied. Kann man nicht anders sagen. Wurde auch Remixed irgendwo. Auf YouTube. Hab ich als meinen Favoriten schon seit Wochen. Oder vielleicht sogar schon seit Monaten. Auf jeden Fall richtig pervers geil. Hammer. Könnt ihr euch auch reinziehen. Ich werd's zwar nicht in die Videobeschreibung reinpacken, aber sucht einfach mal, auf YouTube nachdenken. Oh, oh. Jetzt kommt wahrscheinlich der Endboss. Hör auf davon zu fressen. Ach du Scheiße. Hat den Käse aufgefressen. Komplett. Was ist das denn? Ach du grüne Neune. Du sollst da werden, eine Anti-Aging-Kultur. Nicht ein instant-Groß-Fungus. Ja, du heilige Scheiße. Irgendwie leicht Angst. Wenn ich drauf springen. Verdammt, nicht geschafft. Ah, kacke. Verdammt. Ah, ja, geschafft. Schön. Jetzt, wenn die... Wenn man drauf gesprungen ist, dann passiert. Scheiße. Ah, okay. Das scheint mir nicht ganz so schwer zu sein, irgendwie. Hätte ich jetzt als schwerer... Oh, oh. Sie ist grün geworden. Ach du Scheiße. Was? Alter. Was ist denn los? Schild dein Leben. Bitte. Ich meine, wir haben genug Versuche, ist klar, aber... Muss das sein, dass sie so ausrastet, so mega? Oh, oh. Alter, das ist richtig mies, dass sie immer da auftaucht. Wo tut sie ja gar nicht. Wenn sie grün ist, können wir ihr nicht anhaben. Dann müssen wir einfach nur ausweichen, anscheinend. Okay. Okay, okay. Ah. Scheiße. Oh, oh. Sehr gefährlich gerade. Oh, oh. Nein. Nein. Kacke. Das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich es hätte nochmal machen müssen. Egal. Erstmal. Ich hab's ein bisschen raus. War nur ein bisschen kacke. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen doof. Gelaufen. Ah. Ich wollte gerade hochspringen. Am besten verstecken wir uns einfach, wenn sie grün ist. Das geht ja gar nicht. Richtig schlimm. Komisches Viech. Komische Ratte. Okay. 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 Mit dem Verstecken klappt jetzt gerade zumindest ganz gut. Okay. Scheiße. Und. Mein Gott. Zweimal hab ich's ja jetzt schon dazu gebracht, grün zu werden, oder? Ja, ist gut. Oh. Scheiße. Das war nicht geplant. Ganz und gar nicht. Oh. Boah. Blödes Vieh, du. Ah, scheiße. Okay, Eintreffer ist nicht schlimm. In einem Lauf. Wir haben immerhin neun Herzen. Wir sind auch mit drei Herzen angefangen, das Spiel. Also, von daher. Ist das... Ist schon noch ordentlich Herzen vorhanden. Von dem... Zumindest von der Anfangszahl der Herzen. Die wir eigentlich nur hätten. Wenn wir die Herzcontainer zum Beispiel übersehen hätten. Und wir haben's geschafft! What the fuck? Gut. Gut, gut. Jetzt holt sie, bevor es jemanden klaut. Niemand wird dieses Dug von diesem grünen Cheese halten. Und all das Grün, das wird mich machen. Ha, 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 ha. Ja. Und wir haben ihn, wir haben ihn. Oh. Level abgeschlossen. Wunderschön.